Der Landtag von Baden-Württemberg versucht zusammen mit der Justiz im Land unsere Presse und Meinungsfreiheit zu unterdrücken, um politische Erpressung via Kindesentzug zu verschleiern. Der Landtag will verhindern, dass wir aufdecken, wie in Baden-Württemberg Kinder von der Justiz benutzt werden, um Eltern politisch zu erpressen. Ich bin Sandro Groganz, der Chefredakteur von Freifang. Wir müssen unsere Presse und Meinungsfreiheit verteidigen, damit wir den Missbrauch von Kindern als politische Waffe in Baden-Württemberg mit Hilfe freier Berichterstattung stoppen können. Dafür brauchen wir eure Hilfe. Wir möchten eine Berufungsverhandlung mit einem Top-Anwalt und einer Top-Kanzlei durchführen, um unsere Rechte zu verteidigen. Aber das kostet viel Geld. Wir sind auf eure Spenden angewiesen, um auch zukünftig gegen die politische Erpressung von Journalisten und Eltern in Baden-Württemberg ankämpfen zu können. Unterstütz uns so gut es geht. Wir sind über jeden Euro dankbar, mit dem wir die Meinungs- und Pressefreiheit verteidigen können, um weiterhin über die politische Erpressung via Kindesentzug in Baden-Württemberg berichten zu können. Wir haben pass nach Otherwise-Irland-Württemberg mit Ihren Meistern zu风- und Israeli und beiden M Australern in Baden-Württemberg aufossa. Vielen Dank.